Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf NF Morsch Krimi Morsch Krimi. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe Kredit aufgenommen. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe den Kredit voll ausgeschöpft. Mir geht nicht. Da sind jetzt 500.000 und haben mich dazu entschlossen, der Dreschkasten und das Schneidwerk zu hören. Ich habe noch 1 oder 2 Missionen abgeschlossen. Jedenfalls gehört das Ding jetzt uns. Wir haben nicht mehr die laufenden Kosten hier entfallen. Ja, also die Mietkosten. Fahr doch ab. So war mein Sinn. Das war nicht klar. Ich habe ja jetzt überlegt, die Wiese zu kaufen. Die Wiese und das. Aber dann habe ich mich entschieden. Jeden Tag die laufenden Kosten von einem Dreschkasten mit dem Leasing kaufe ich es auch nicht gut. Deswegen machen wir das jetzt so. Und ja, das reicht natürlich nicht. Fahr mal ab doch. Kollege. So war zumindest meine Denkensweise und fand ich ganz gut, dass wir so werden an Stiesel gucken. Ich habe mich umgemerkt. Der Renault ist einfach zu schwach. Ich habe den Mock jetzt an den Presse gegangen. Ich habe mit dem Renault noch mal einen Wagen weggebracht von Feld 45. Wir haben da jetzt glaube ich drei oder vier Wagen. Missionsvorschritte 34 Prozent. Kriege ich heute eh nicht fertig. Und so lange wollte ich nicht schließen. Oh, nee. Abschließen. Talas on Tisch. So, wir machen das jetzt nämlich hier ganz anders. Du stellst den Wagen jetzt hier hin. Und dann bleibst du erstmal nicht stehen. Weil jetzt noch weiter sammeln mit dem Renault. Das hat keinen Zweck. Da brauchst du dir nichts vor mir hin. Das ist Mumpe. Du bist fertig. Das ist schön. Dann bringst du den Grubber. Einfach. Jetzt fällt 61 und ist mir da vorne. Ich habe noch keine Cusa eingefahren. Deswegen. Bring den doch mal hin. Ich helfe ihm. Damit er da auch ein bisschen fixer geht. Ähm. Bring mir den eben fix. Auf die Straße. Scheine können wir danach hin. Und Phil Grubbern. Da er auch geschlossen ist. Und du brauchst da eigentlich noch gar nicht so gut fahren. Nee. Dann brennen wir erst mal hin. Wenn er gleich bis links am Schluss ist. Vielleicht können wir dann noch rüber. Das wäre ja echt gut. Ich brauche den eigentlich zum Ballen sammeln. Weil wenn ich fahre mit dem man machen finde. Das ist ja auch gut. Dann bleibt immer noch nicht schlecht. Vielleicht können wir ihn in der Roma Mission noch anträufen. Ja der steht eh noch dumm. Der ist jetzt in der nächsten Mission. Der fällt 17. Und das tut er jetzt auch ruhig. Nö. Dann muss er halt. Muss auch Gas geben. Hier und dort. Macht er jetzt versitzen. Er spielt gutes Geld ein. Also da kannst du nicht sagen. Er fährt ja jetzt eben zum Borno. Bringt das noch schnell weg. Den Kopf hat er dann. Die Erntemessung anschließend. Wie gesagt. Er ist jetzt hier fleißig am Pressen. Ich habe das Vorgewende so ziemlich weggesammelt. Er tut sich dann eine ganze Ecke leicht damit. Das ist eine ganze Ecke schneller. Kann sein, dass wir Renault verkaufen oder was. Vielleicht noch einen Mock kaufen oder was. Natürlich erstmal klüger. Aber es passt auch immer alle Geld. Aber im Endeffekt. Ja. Bringt er nichts. Aber lass jetzt er stehen. Oder? Ne lass er stehen. Hier warten wir ihm. Er wartet. Das ist jetzt so stummte Dinge im Moment. Gottes Forse. Ähm. Wie gesagt. 500.000 pro Liter. Aber in meinen Augen war es einfach. Die taktisch klügere Entscheidung. So. Fäll 70. Ernten. Gibt 60.000. Okay. Ja. Besser als nix. Ne. 72.000. Wie viel braucht er noch? Ja. 32.500. Guck mal. Dann bleiben schon 10.000 für uns über. Schick gefahren. Was willst du mehr? Ja. 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 Dann bleibt schon was für uns über. Das ist gut. Die können wir noch nicht annehmen. Die Mission können wir nicht machen. Ja. Aber keine Fahrzeuge fahren. Ne. 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 Was gibt es denn an Rubberdy Raps beim Bahnhof? 1000 Glocken. Ja. Okay. Besser als nix. Sind auch 10.000 Euro. Da kann man ein Flaschkasten aus. ich bin in die Kümmel rum mitlegen. Ja. Das hat ja konzertes Nebel. Guck mal jetzt auch mit dem Rohr. Auch mit dem Vorn. Komm. Dann werden wir rutschen. Wenn wir es jetzt nicht ziehen werden, sind wir es jetzt nicht weg der Halle. Scharstall oder Kuhstall, aber bis wir da soweit sind, das dauert noch ein paar Jahre. Ach, wisst ihr was? Komm, wir hängen den ab. Du kommst zum Händler. Wir holen uns ein anderes Geschütz. Ich kann ja so nicht arbeiten. Was ist denn das? Du musst ja auch weiterkommen. Wo sind denn Kölzer? Sieht einer meinen Kölzer? Oh, der war wieder auf dem dritten Monitor, oder wohin immer ist, ne? Ist das Verkauf? Uh, guck mal, hier ist es. Ne, ich fahre mal einkaufen. Fahrzeug hinten. Fahrzeug hinten, der Verkauf, der fahre mal einkaufen. Tut mir auch leid, war kein langer Einsatz, aber ist halt Marsch, ne? Da brauchst du halt große Maschinen. Wie ist es hier noch drin? 3000 Liter, ja. Wir sollen sogar auch nix. So, endlich wird er, der können wir die Mission abschließen. Ich hoffe, wir kriegen mit dem Wurzeln. Aber noch 3000 Liter, die wir dann auch wegbringen können. Und der Dreschkasten kann in die nächste Mission, richtig schickig fallen. Ja, guck mal, guck mal. Läuft. Was würdest du sagen? Vielleicht ist die Sämaschine dann schon drin. Okay, wir kaufen noch einen Unimog oder so. Irgendwatt. Und dann 681, irgendwie. Irgendwatt wird, wird, wird Leistung hat. Wir brauchen Leistung. Kann doch noch ein Altersschlepper sein. Ist ja shit egal. Muss ja nicht viel kosten. Aber wir brauchen eine PS-Zahl. Das ist ja sogar vorwärts gewesen, ne? Und dann musst du jetzt abschließen, ne? Ba-ching! Bämsel. Es gibt wieder Tolez. So glücklich, oder? So, lass uns halt eben abschließen. Abschließen. Cool. Gibt's da neue Verträge? Groban. Vertrag akzeptieren. Nehmen wir mit, die Kugel. Hier sehe ich sie. Wir brauchen ja Geld. So, das haben wir. Okay, 27.000. Das ist ja schade. Ich hab der Heck gerade anzuhalten. Und dann probieren wir uns. Und dann probieren wir uns. Genau, irgendwie bin ich durch vorne, ne? Nachbar hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir eben hier fleißig über der Wiese fahren, ich glaube nicht. Ja, ja, eh gesagt, gucken wir noch die Grosnade und so, weil sie sieht ja auch alles duttig aus, aber wir wollen die gar nicht kaufen bis jetzt. Wir haben hier einen ganz anderen Plan, diesmal um uns anzusiedeln. Nicht da, wo alle sind, weil... Deswegen sind wir ja unten da, wo der Rinderhof normal hingehen soll, oder was? Ich fand ich irgendwie klüger, mich da anzusiedeln. Ich hab Unteraktion alles, ne? Schick rein. Ja, war nett, dich gekannt zu haben, aber ja, das ist manchmal so, mein kleiner Freund. Da muss man leider gehen, ne? Dazu ist hier ein Ausrufezeichen. Ja. Verkaufen. 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 Wozu ist das Ausrufezeichen hier? Wisst ihr das? Was passiert denn da? Ach, kannst du dich um? Ne. Das wollen wir nicht. Wir sehen so gut aus, wie wir sind. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir brauchen was mit Leistung, hab ich gesagt, ne? Hier ist nix. Sollten schon Mittlerklasse, ne? Großsektoren. Ja, ne, das ist alles so teuer. Okay. Aber ich brauch nur ein Geschütz, ne? Oder wir warten da erst noch mit. Vielleicht kommt ja was denn gebraucht für einen Shop. So was wir ja schon gehen, ne? Oh, ich kann so nix abfahren. Das ist mein Dilemma. Ich muss ja auch abfahren. Die sind so, der ist natürlich ja Leistung pur, ne? Aber keine Geschwindigkeit. Und hier wird's alles schon wieder so teuer. Ne, dann lass es erst. Dann warten wir erst noch. Wieso nicht die Kohle mit Ach und Krach aussahen? Ne, ne, dann warte noch. Hier hinten werden die ja noch teurer, ne? Ne, 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 ne. Komm, Leute, dann warten wir noch. Das ist mir grad zu viel Geld. Dann müssen wir mal ein bisschen sparen, ne? Ich sparen noch über die Quatre. Ich sparen noch über die Quatre. So, ne, ist sie hier. Und hier ist ja auch nachher, nächstes mal ein Freihet. Ich probere die ja irgendwie hin und fixe. Dann müssen wir frei. Also, wo gab's denn jetzt besten Preis nochmal? Dann schicken wir den dann nämlich fix hin. Robbety raps. Hier. Haufen. Ja, von mir hin zum Haufen. Und zum neuen. Robbety raps. Vorher mal hin hin. Danke. Hier ist Fleiße. Nimm den doch da hinten, solange es ist. Ist doch viel zu einfährt. Oh, oh, ist ja nichts. Ich würde mal ein bisschen wieder den Ried laufen. Das ist ja auch nichts. So, in der Innenansicht kannst du besser drauflegen, ne? So, halt immer mal. Habe ich mal gehört. Nee, 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 Kollege. Mach kein Scheiße hier. Die hätte aber auch eine Festholorgie. Hast du das gesehen? Kannst auch in der Innenansicht machen. So, du hast aber auch noch eine Fläche, ne? Und wo? Weißt du ja auch gar nicht so genau, ne? Da ist noch ein Feld. Und die Felsenfestige. Und eine Erntemission haben wir nur noch. Hier, 57. Gleich. Ich habe jetzt keine Zahlen. 57. Vorder mal bitte hin. Ähm, Feld 70. Da haben wir bestimmt einen grober Kurs. Bin mir Felsenfestige. Feld 70, siehste. Muss laden. Danke. Guck mal, dann kann der nämlich auch hier anfangen. Das wird nun wieder Torless. Und wir sind gut zufrieden. Hier ist der Sonnenroulard schon. Der alte Bienenflugger, der macht das eben schnell. Und läuft halt. Und danach kann er dann anfangen bald zusammen. Wichtig ist ja, dass das fertig gepresst ist und dass dann nichts mehr schief gehen kann und sowieso. Das ist super. Bin ich, ja. Alles andere macht keinen Sinn. Ich fahre einfach. Schickifany würde ich mal sagen, oder? Oh, schon wieder um die Folge, ne? Wie ist es denn am gucken, oder? Die selbe Mission ist doch nicht hinterhergekommen, ne? Sieht mager aus. Ja, dann können wir die beiden Mission noch machen und die, und die können wir nicht machen. Gibt's überhaupt Maschinen für? Aber liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne? Ganz ehrlich. Wenn's euch gefallen hat, hier haben wir doch Gemüse, oder? Hier. Da. Ist er. Und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.